Tach Leute, da sind wir, der junge Phil und ich der Alte hier, die Wikinger hier am Strand und so weiter. Ich suche die blauen Steine und der Junior hat irgendwas gebaut. Was baust du da gerade? Ich pflanze das Feld an und da sind jetzt Zwiebeln und Karotten drauf, aber da ist noch ziemlich viel Platz, deswegen wollte ich noch fragen, was ich da noch so anpflanzen sollte. Es gäbe noch Flax, Beeren, Fuhl oder Knoblauch. Flax. Flax? Ja, Flax, weil wir daraus Reet machen. Ne, Flax, weil aus dem Flax kommen wir direkt die Dings machen. Wollen wir da nicht Fasern oder sowas? Ja, genau. Aus dem Flax gehen wir Fasern und aus dem Fasern können wir dann das Seil machen. Yes, yes, yes. Oh, da ist direkt Wasser neben dem Feld. Ja, da sollten wir wirklich einen Brunnen aufstellen. Ja denn? Ich brauche noch einen Leuchtestein, weil ich glaube, ich brauche noch zwei weitere. Genau, und wir wollen uns ja noch einen Bauern holen. Das ist das. Deswegen bin ich jetzt hier auf der Suche nach dem blauen... ...da ist noch ein blaues Ständchen, sehr schön. Guck mal, schon wieder ein Splitter. Ja, der junge Mann ist noch ein bisschen ingeschickt. Energy aufladen hier, zack, zack, zack. Woher habe ich Kompost? Ich habe gerade Kompost gemacht. Weiß ich nicht. Da habe ich keinen Kompost mehr. Den können wir schon mal aufnehmen. Jetzt haben wir drei, sehr schön. Weiter geht's. Zumindest ist einer noch bei rum. Vielleicht auch noch ein zweiter, also ein dritter aus dem Haufen. Tatsache da. Noch ein dritter, sehr schön. So, was ist das jetzt hier? Das ist vier. Hier. Ab zurück. Und dann werden wir Odin beschwören, dass er uns bei war. Hallo und so. Und flaxen wir mal mit. Da flaxen wir doch nicht lange rum. Ja, okay. Wo ist sie zu Hause? Ja, doch. Das ist die richtige Richtung. Och nö. Ja, das ist halb so wild. Die kommen, um den Acker aufzufressen. Dann musst du jetzt den Acker verteidigen. Na eben. Wirst du doch nicht schaffen. Ich glaube, da muss ich aber hier verzäunend rum basteln. Oh, ich bin gerade da vorbei. Da wollte ich doch hin. Also... Einmal hier hin, bitte. Activate. So, wir haben hier zwei Leute. Einmal Arvid und einmal anders. Der Arvid ist Athlet. Große Ausdauer. Darf ja auch ganz... Also Durst ist kein Thema. Wir haben hier noch Wasser. Sonnenanbeter. Okay. Ja. Ich verbessere meine spirituellen Praktiken am besten bei Tageslicht. Okay. Und dann hat er drei unbekannte Eigenschaften. Dann haben wir den hungrigen Holzfäller. Ja. Ich bin geübt in Holzfällen. Holzfällen können wir aber schon. Dafür isst er aber den Leuten die Haare vom Kopf. Eiserne Lunge. Er läuft. Schlafe aber auch öfter. Oh, ne. Wir nehmen den Arvid, hätte ich gesagt. Das sonnige Gemüt. Oder wie auch immer. Oh. Und da müssen wir natürlich eine Hütte hinbauen, junger Mann. Wir brauchen noch eine Hütte. Äh... Ist das hier? Unterschlupf. Unterschlupf. Unterschlüpfer. Wer kann denn hier Unterschlüpfern? So. Äh... Einebnen nicht fahren. Sehr gut. Denn Rezept anpinnen. Zweimal langen Stock. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Was ist das? Die Taste weg machen. Zweimal langer Stock hier. Kommt Leute. Ich krieg später was. Ja? Lass mich bitte jetzt hier in Ruhe bauen. Die müssen doch eben immer auf den Sack gehen. Okay. Du bist auf Jagd, so wie es aussieht. Die Smolker sind weg. Ich brauche diesen... Also dieser Brunnen neben dem Feld, der wäre schon ziemlich stark. Ja, dann mach doch da einen. Ja, aber ich brauche Stöcker. Ja, dann... Musst du gucken, wo wir welche haben und so. So, bauen. Mit Pfeil und Bogen wirst du keine abschießen können. Äh, ich brauche kein Holz. So, jetzt brauchen wir nochmal einen langen Stock. Und Seil. Warte mal. Seil wollte ich eigentlich... Das kann ich doch hier gleich machen. Ausreichend Seil bauen. Und was brauchen wir noch? Stöcker brauchen wir auch noch. Also Bäume fällen. Bäume fällen. Die langen Stock brauchen wir fix. Und jetzt gehen wir Holz hacken. Mal ordentlich. Warte mal. Ich hätte gesagt... Okay, der muss weg hier. Das sind ja zwei. Okay, dann machen wir erstmal den dicken weg. Machen wir erstmal den dicken weg. Ist die Frage, ob unsere Brunnen einfrieren im Winter. Ist natürlich übel, ne? Wärts doch nicht übel. Ja, Essen ist wichtig. Lass wir essen haben. Okay, das Baum-Unfall-Geräusch war da, aber... So, jetzt fällt hier alles durcheinander. Alles auf einen Haufen. Dich brauche ich. Rinde nehmen wir mit. Dich brauche ich. Rinde nehmen wir mit. Das fällt ja alles um. Nein. Ey, wenn ihr mir die Stöcker wegnimmt. Ja. Ich dreh durch, sag ich euch, ey. Bekomme ich Kompost, wenn irgendwas verdirbt, oder? Weiß ich nicht. Jetzt hat der... Hast du brav gemacht. Weiß ich nicht, ob dein Kompost ist. Wenn was verdirbt. Kann sein. Nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hä? Ah. Ah, wir brauchen sechs Rinde. Okay. Aber wir haben noch Rindenlager. Okay, die holt Rinde. Da ist Rinde. Alles klar. Ja, gut. Ihr macht das schon. Ihr baut die Hütte auf, hoffe ich. Ich hoffe, ihr baut die Hütte korrekt auf. Sagen wir noch irgendwie einen Stock oder so? Ne, wir haben echt nur noch Schrontz hier rumzulegen. Ey, wir haben so viel Schrontz hier rumzulegen, was keiner braucht. Oh, Harz ohne Ende und so weiter. Ich sag mal, der Bauarbeiter füllt ja auch automatisch Harz bei den Fackeln auf. Das testen wir jetzt mal. Harz haben wir ja mehr als genug hier rumzulegen. Schwache Fackelnmenü. Okay. Kann nicht aufladen. Ja, okay. Wir haben kein Brennmaterial. Okay, alles klar. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, was draus wird. Oh, ich brauch Wasser. Oh, die haben alles leer gesoffen. Alter. So. Halt. Den können wir noch mal essen. Oh. Aber wir haben ja hier ne Pilze im Lager, oder? Das ist ja gesammelt hier irgendwo. Rohkost. Oha, okay. Ja gut. Nehme ich mal mit. Rohkostlager ist leer. Brennstoff hinzu. Äh, aber in, äh, in dem Lager vom Sammler sind richtig viele Pilze. Ja. Ich krieg mir mal fix ein paar Pilze hier. Muss ja auch mal sein. Komm. Reiner. Weiter putzeln. Wir haben hier ne Axt des Balkes über den Jordan. Was haben wir jetzt hier? Ich hab noch fünf Stöcker hier drin. Ich hab ein Steinmesser zu viel. Brauchst du ein Steinmesser? Ähm. Oh, ich hab noch Flaxsamen. Die kann ich auch mal wegbringen. Die Flaxsamen. Ja, dann ist die Frage, ob wir uns Koch anstellen. Muss man auch mal, muss man auch mal anschauen. Gemüsekorb, Obstkorb, Material. Da geht das rein. Ähm. Aber ich glaub, ich weiß nicht ob wir hier, ich glaub das ist extra so ein Kochhaus, oder? Doch. Doch, wir können einen hier einstellen. Kuhaufgaben zuweisen. Da wir keinen Arbeiter haben, können wir auch keine, ja, können wir auch keine Aufgaben zuweisen, aber der könnte uns hier die Pilze braten und so. Das wär ja was, oder? Das wär auf jeden Fall was, ja. Pilze braten wär cool. Die Frage ist bloß, wo packt er die Pilze hin? Ich weiß nicht, ob wir schon irgendwie... Hast du nicht gesagt, dass das Lagerfeuer irgendwie... Also ne Wassertonne können wir machen. Ein Marktschlitten Rohkostsilo hast du selber hingestellt. Lager für gekochte Lebensmittel. Ja, das gibt's auch, ja. Soll ich das machen? Okay, okay. Nö, ich mach... Ich will auch machen. Ja, ich mach. Oh Mann! Ja, dann lass mich hier die andere... Was brauchen wir noch? Zwei große... Was denn? Mach ich jetzt, oder was? Ja, mach. Ja, das stell ich hier hin. Levelaufstieg, Sammel 19. Äh... An was verfolgt der mich die ganze Zeit? Auf damit. Ja, der will dir was erzählen. Ah, okay. Ah, in so'n Raster geht das. Okay, alles klar. Oh ja, okay. Aber nicht, wenn ich aus der Hütte wieder rausgehe. Denn nicht mehr. Oh, ja, Blut-Dings da, Steinlager. Große Holzlager. Ja, das gibt's auch. Oh, wir können so viel machen. Ein Riedlager. Oh, das Ding ist außerdem gleich fertig, ne? Okay, hier. Lager für gekochte Lebensmittel. So. Was ist gleich fertig? Äh... Das... Lager. Äh, nee, äh... Andere da. Ja, jetzt. Jetzt wird's gebildet. Da helf ich mal schnell. Okay, okay. Okay, ich brauch Rinde und ich brauch ein... Ein Stock noch. Ich brauch nur noch einen Stock. Oh. 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 Was denn? Alter, hier liegt nischt mehr rum. Okay, der nächste Baum muss dran glauben. Also, du hier. Dicke Leinhose. Oh, das ist wichtig. Wir brauchen dann irgendwie irgendwas, wie wir Faser machen können und so, ne? Ja, Flachs. Ja, aber... Gebäude, oder? Ach so. Also, nee, ich mein... Ich mein halt richtig nicht Fasern, sondern ähm... Bei... Also, so... So, halt... Ne? Beide halt so. Ja, ja. Nice, nice. Das Lager. Alter, klau mir nicht die Rinde hier! Ey, ich glaub's ja... Ist ja schon wieder hergestellt. Er sagt, die Rinde... Wer hat das gebaut? Die könnte es nicht einfach... Ach, Mann. Ey, der Typ ist da. Der Typ ist da, die Hütte steht. Warte mal kurz die Achse hier. Ich kann den nicht mit der Achse in der Hand empfangen, weil... Wo ist er obdachlos? Zack, bumm. Okay, Hütte hat er schon mal. So, warte mal. Also, kälteresistent ist geil. Athlet, sehr gut. Dafür trinkt er aber viel. Das macht nix. Der mag die Sonne. Unbehagen bei Sturm und Gewitter. Und Pflanzen... Ich habe eine einzige... Oh! Einzigartige Fähigkeit, Pflanzen im Frühling besonders gut zu pflegen und zu kultivieren. Was die Ernteerträge und Blumenproduktion signifikant steigert. Alter, das ist unser... Das ist unser. Das ist ehrlich cool. Das ist total ehrlich und cool. Äh... Bauernhof steht. Ja, natürlich. Ja. Bewässer gerade alles. Äh... Arbeiter zuweisen. Ich habe auch hier direkt einen Brunnen daneben, was das Bewässern richtig geil macht. Ja, okay. Weil man halt richtig nah am Brunnen hat, ja. Ja, okay. Nice. Ja, geil. Ja, sehr geil. Jetzt wird schon mal da hier abendlich, ey. Okay. Cool. Äh, unsere Leute pennen schon wieder. Da ist Siesta angesagt. Okay, also Bauernhof steht. Wir haben Leute, die... Also wir haben einen, der jetzt den Bauernhof pflegt und so. Ich muss nochmal gucken. Ich muss mal hier... Lass mir mal fünf Pilze reinballern. Wie schnell tut denn der Brunnen das Wasser wieder... Oder... Kann ich sagen, täglich, wa? Machst du das täglich? Ja, ich denke. Ich habe jetzt gemerkt, dass das ja eine Kapazität hat. Ja, 50. Also richtig viel. 50. Ja. 50 Wasserportionen. Ja. 50 Wasserportionen. Da hinten ist ein Stein. So, Leute. Ich gehe jetzt hier noch ein paar Steine kloppen. Solche bunten, blauen, die so hübsch. Und, ähm... Ja, wie es weitergeht, seht ihr einfach demnächst, ne? Würde ich sagen. Holzfäller... Nee, wie heißt das? Ding steht. Wie heißt das Ding? Bauernhof. Bauernhof. Bauernhof steht. Aber, junger Mann, du könntest jetzt gleich nochmal eine neue Behausung hinstellen. Okay? Äh, ja. Weil ich hole jetzt nochmal ein paar blaue Steine. Wir brauchen gleich... Und dann müssen wir mal gucken, wie wir aus dem ganzen Zeugs... Wie wir... Wie wir... Prösterchen. Prost. Jo. Wie heißt das hier eigentlich nochmal? Wie wir... Ja, Seil herstellen können. Genau. Ja, also Seile. Ja, Seile sind wichtig. Seile? Seile. Seile. Seile, okay. Ja, die brauchen ja regelmäßig Seile. Nee, Seile, oder? Also für die Kleidung brauchen wir so Seile oder sowas. Ja. Toll, jetzt komm ich nicht an diesen... Doch da... Auf... Genau. Ja, also, von daher, aus dem dunklen Wald, ne? Im dunklen Wald, da sind die Räuber und so weiter. Warte mal, wenn ich schon mal Bären hier habe, pflücke ich die auch. Die kann ich mir auch gleich reinballern. Ähm... Na gut, vielleicht nicht alle. So, reicht. Also, Leute. Haut rein. Habt Dank. Und, äh... Ja, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Von daher sagen... Der Junge Phil. Und ich. Ciao, ciao. Haut rein. Adios. Bis jetzt! nos 非常的 진행 – ein Bis zum nächsten Mal.